Rekordkokainfund in den Niederlanden. In dem im Norden des Landes gelegenen Dorf Neyven ist ein Drogenlabor entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, seien in einer umgebauten Pferdemanege täglich bis zu 200 Kilogramm Kokain verarbeitet worden. 17 Personen wurden festgenommen. 13 Verdächtige kommen aus Kolumbien, drei aus den Niederlanden und einer aus der Türkei. Insgesamt wurden 100 Kilo an Drogen sowie tausende Liter Chemikalien sichergestellt. Laut Angaben der Ermittler hat das Kokain einen Verkaufswert von 4,5 bis 6 Millionen Euro. In dem Labor seien Drogen aus Kleidern herausgewaschen worden. Um das Kokain leichter schmuggeln zu können, werden die Drogen vor dem Export aufgelöst und in die Textilien verarbeitet. In den jetzt entdeckten Räumlichkeiten wurde das Kokain mit Hilfe von Chemikalien wieder aus der Kleidung gelöst und dann zum Straßenverkauf verarbeitet. Zu dem Labor in dem 3.700 Einwohnerort gehörten auch Unterkünfte für Personal und Hobbyräume.